Die Ätfrust für Cochella – Banks vegan war nervt jetzt Dabei will sie sich doch nur in Form halten. In wenigen Tagen erobert Banks, 36, die Cochellashtage zurück, nachdem sie 2017 wegen ihrer Schwangerschaft die Auftritte abgesagt hatte, wird sie nun am 14. Und 21. April die wohl berühmteste Festivalbühne der Welt trocken. Ein Mega-Event, das die Diva natürlich nur in Topsappe antreten will Doch ihre vegane Diät bereitet Ehemann jetzt, 48, ganz schönes Magengrummeln. Sechs professionell zubereitete Mahlzeiten am Tag, gesunde Smoothies und Snacks sollen Queen in Höchstform bringen. Obwohl Yael nicht zum Linoop gehört, verdonnerte seine Liebste ihn ebenfalls zur komplett pflanzlichen Ernährung, wie ein Insider dem Held-Magazine steckte. Möglicherweise, weil die beiden im Sommer gemeinsam auf Tour gehen? In jedem Fall sorgt Hunger auf gesunde Kost für mächtig Stunk. Wenn Yael irgendetwas bestellt, das sie nicht billigt, storniert sie die Bestellung und ordert einen Salat für ihn, verriet die Quelle. Auch in den heimischen vier Wänden hat die Sängerin die Kontrolle über den Speiseplan übernommen. Yael liebt Wein am Abend, Käse und Pasta mit Venusmuscheln, aber sie verdreht die Augen, wenn er ihr auch nur ansatzweise vorschlägt, mal eine Auszeit von der Diät zu nehmen, sagte der Insider. Zum Futterfrust gesellt sich außerdem noch strikter Sportplan, zu viel Training beschert der Dreifach-Mom angeblich jede Menge Frust. Keine leichte Zeit für die berühmte Familie auf wessen Seite steht ihr? Stimmt ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017